So, moin moin, wir spielen mal wieder der Binding of Isaac, ja... Und ich weiß, ich hab schon eh wenigstens mal hochgeladen, aber das ist mir scheißegal. Ja, da, ähm, Büxnade, aka Nicklicht ist auch dabei. Büxnade. Au, au, au! Wir sind ja hier das letzte Mal bei Basin 2, haben wir ja aufgehört. Das heißt, wir machen jetzt bei Basin 2 weiter, ist doch logisch. Aha. So, was ist das hier? Soll ich's nehmen oder nicht nehmen? Ich nehm's mal nicht. Das hat er eigentlich an seinem Kinn so einen richtig fetten Sack, alter. Perfekt. Wenn er jetzt noch eine Pimmel-Nase hätte, das wird nochmal die Krone aufsetzen. So ein Sack am Kinn und dann noch so ein Pimmel an der Nase dran. Das ist doch geil, wer das nicht will, der ist... Alter. Ja, absolut hängen geblieben. Hahaha. Halbes Herz. Schön. So, hab ich mich erschrocken, hey. Warum explodiert denn das scheiß Viecher einfach? Mir diese scheiß Larven, Alter, die sind so eklig. Ich find Larven so ekelhaft, wirklich. Alter, es gibt nix ekligeres als solche drecksäglichen Larven. Herz, das ist doch schön, hab hier ab. So, wo geht's da hin? Oh Gott. Ach, ich hab diese Viecher. Diese Viecher. Leicht? Ja. Schön. Oh, Alter. Komm, geh auf. Komm, geh auf. Komm, geh auf. Oh, Digga. Oh, was du bist so ein S-Holl. Explodier. Dankeschön. Schlüssel. Halbes Herz. Ehre. Auch wieder die... Junge, wie sagt ich jedes Scheiß, wie ich immer vor mir, Alter, das macht mir Schaden. Und was soll denn der Scheiß? Ganz ehrlich, ey. Okay. Will das Ding verkauf ich wieder? Mist, ey. Aha. Best friends forever mit dem Head. Drop rein, die Scheiße. Your friends rule. Was heißt es jetzt? Ich weiß es nun, was es heißt. Ich hab keine Bombe, warum hab ich eigentlich keine Bombe. Auch wenn das so ein riesiger Raum. War das Feuer, das spuckt oder irgendwie sowas alles, glaub ich. Auch nicht. Ach, ich kenn doch den Raum hier, Alter. Komm, schleicht euch. Scheiß Mucken, Alter. Jo, was bist du denn für einer? Was ist das? Was bist du denn für einer? Junge, ich hab... Was? Ich hab nur zwei Leben. Was ist denn hier? Ach! Das ist doch hier mein, mein Kompagn, das ist doch... Ah. Monkey... Boah. Mich hab viel zu viel, ich hab viel zu viel, ich hab viel zu viel, wahrscheinlich viel zu viel, ich hab viel zu wenig Leben. Ich hab auch, Mann, wie soll ich das mit zwei Herzenschaffen? Was ist so ein Abfall, Alter? Ganz ehrlich, so ein Mist. Wie... Wie konnte ich die eigentlich verlieren? Mega fett hier, Alter. Junge, was ist das denn, Alter? Alter, der... Was macht der? Was kotzt der, Alter? Boah, der kotzt, Alter. Der kotzt, Scheiße. Warum lauf ich da rein? Bin ich da grad echt... Junge, ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot. Oh, mein Gott. Fuck, Alter. Oh, nee. Fucking shit, Alter. Oh, mir kannst du bitte sterben. Ja! Ja, ist gestorben! Ah! 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 Komm schon, du auch noch. Ah! Fuck, ey! Fuck, ey! Fuck, ey! Auch ja, HP ab! Oh, ja! Wuh! Das war grad... Ja. Hab' ich kurz gedacht, okay. Es geht ab. Okay. Basement... Caves 2?! Was für Caves?! Ich war noch nie in Caves 2! Ich war noch nie in Caves 2! Ach, das wird zu hardcore, das weiß ich jetzt schon. Ah, hier dich jetzt aus, dass wir spielen müssen. Ich hab' immer noch keine Bomben. Das ist ziemlich karka. Oh, nee! Oh, das ist ein ganz, ganz schwierige Kombo! Spinnen und Larven! Ganz schwierige, ganz schwierig. Aufmerksamkeit! Die Bombe, Alter! Zu der Allersex hier, Alter! Gefäß hier. Schon schlecht dich. Und jetzt solltet... So eine, so eine Mega-Lave, einer mit einem Riesen-Esser und Au! ich denke mal das um mich jetzt nicht immer unten unten ist immer auch in der armee 8 8 8 wie soll ich das denn überleben das ist schön das nicht weg das nicht weggehen bitte oh mein Gott das ist so fies das ist so fies das ist so fies das ist so so fies das ist so fies das ist so so fies und mir schleicht euch schleicht euch schleicht euch ich hab kein schaden genommen irgendwie für räumige zier ohne jetzt wird das binnen alter als binnen heißt binnen immer schleichen junge schleicht dich aua komm schon geh doch weg die werden immer mehr können die sich jetzt ja ich verrägte euch da wir schleicht dich doch Dankeschön meine Fresse ey was das schwierige Gebot ach scheiße muss ich mich äh wenn ich jetzt hier hängen bleibt dann bin ich tot und dann muss ich nochmal von vorne anfangen oh das hast du belastend ich geh in den Raum da hinten nicht rein huuuh das wäre richtig belastend oh gerade weil ich verrägte ich werde zu sterben das weiß ich nicht ich hab nichts gesagt auch junger hat um 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 games aber noch fast Tränen was jetzt hier muss in den Sprachen nicht schickt anderen erbten dieser der Klo weiter was macht er ich komme voll durcheinander der Sieg von Leiter Richtigung und und Prozent was hat es jetzt gebracht alles klar das war kommt die unnötige Raum dabei noch nicht aber das lief dass es ließ dass es ließ ok schön 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 kann ich darunter hoffentlich was diese räume bringen mir alles nichts diese räume bringen mir einfach alles nichts nichts oh gott muss ich da in den anderen es sind einfach nur gegner an sie es ist mir dringend schaden alles klar ohne das sind wir dass wir die fetten stecke kommt schleicht durch auch warum immer solche der ist gut das schlüssel hier rein und nein ich wieder so ein raum die sind so fies die sind so fies die sind so fies gleich durch wie junge das ist wie das ist richtig fies mir das herz ist so reingerutscht wo ich schaden aber ich habe es eingesammelt wir streiten da nicht die ganze zeit rupen alter wenn man ein fenster auf die ganze so johannes fast denn hier hier drecksfeuer kippen sie erst mal überlegen hoch das war klaus ok grödie alle hat also das hier oben ich habe das ist das ist ein fettes wie ich also da muss ich nicht immer alle fett so fett schämen hier oha die Stuttgart der Wecker ist gut zehn Minuten sind rum nein er wurde da eigentlich einfach und er ließ das feiert einfach das war echt easy das war richtig easy ja gut das ist perfektes timing weil in der nächsten folge ja ist ja gut der nächsten folge machen wir bei bei was bei oh mein gott oh mein gott das ist der oh mein gott bei was bei welchem raum bei auch die scheiße bei warte bei tiefen 1 bei tiefen 1 was nichts mehr also tschüss